Musik Hey und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich werde gleich mal vorweg sagen, hier wird gleich unten oder vielleicht kam es schon, ich weiß es nicht genau wo es kommt, diese Einbindung kommt, dieses Video enthält Produktplatzierung oder kann Produktplatzierung enthalten, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt direkt auch nochmal verbal darauf hinweiten, oh ja, dieses Video wird Produktplatzierung enthalten, aber nicht diese schlimme Art von Produktplatzierung, die schon ganz oft anderen YouTubern vorgeworfen wurde und auch mir. Dieses Thema mit Produktplatzierung und Werbung auf YouTube wird im Moment wirklich heiß diskutiert, deswegen habe ich es eingeblendet und sage es euch jetzt noch einmal, ja, dieses Video wird Produktplatzierung enthalten, aber das ist diese gute Art von Produktplatzierung, von der nicht nur einer was hat, sondern ihr, ganz besonders ihr. Wie ich bereits in dem Video erwähnt hatte, vor, ich glaube das war das Video, genau, es war dieser Aufruf, wo ich euch darum gebeten habe, mir ein bisschen zu helfen, bis Weihnachten die 10.000 Abonnenten zu kriegen. Ja und ich habe danach auch so ein bisschen meine Partner angeschrieben, mit denen ich so schon zusammengearbeitet habe und die mir das ein oder andere Mal geholfen haben. Ich habe die einfach mal gefragt, hey, könnt ihr mir nicht irgendwie für meine Verlosung da an Weihnachten ein paar Kleinigkeiten zur Verfügung stellen? Und die meisten haben auch wirklich geantwortet und, was soll ich sagen, Leute, ich war total erschlagen, ja, was da alles zusammengekommen ist und deswegen habe ich jetzt definitiv vor, aus dieser einen Verlosung an Weihnachten vier zu machen und zwar passend zu jedem Advent und ich höre jetzt einfach mal auf zu reden und guckt euch das mal an. So Leute, ich warne euch jetzt einfach nochmal, jetzt kommt Produktplatzierung, na, ich sollte mich vielleicht nicht so lustig darüber machen, aber hey, da wird wirklich ein bisschen viel Aufrüst drüber gemacht, zumindest meiner Meinung nach, wie auch immer. Leute, zieht euch das rein, ja, vielen, vielen Dank an alle Firmen, an Triton, an Crack, auch an Holzmann, an Osmo, Spax und Bessi, ja, dass die hier so tatkräftig und auch viel in diesen Verlosungstopf geworfen haben. Ihr habt euch vielleicht gerade gefragt, was macht da eigentlich mein alter Crack-Chick zwischendrin? Der hier. Nun ja, was soll ich sagen? Crack war von allen Firmen wirklich extrem großzügig und das muss ich auch übrigens an der Stelle nochmal sagen, ja, über das Crack und Pocotool-System kann man sich wirklich streiten und in dem Video zu dem Pocotool-System, was ich mal gemacht habe, da wurde sich auch wirklich, was heißt kräftig, drüber gestritten, ja, aber die Meinung, man hat das schon gemerkt in den Kommentaren, die sind ja ziemlich weit auseinandergegangen, aber ich finde es einfach klasse, dass Crack einfach hier die Leute sponsert, ja, und euch damit einen Gefallen tut, Leute. Die Dinger sind nicht für mich, ich verkaufe davon auch nichts, ja, sondern ich gebe die wirklich eins zu eins an euch weiter. Genauso wie diesen hier, ja, den kann man nämlich nicht gewinnen, sondern der hier ist schon reserviert und zwar der hier mit dem kompletten Zugehör, was es dazu gibt und zwar für den Jakob. Jakob, ich bin mir mal ziemlich sicher, du schaust jetzt hier auch gerade zu, natürlich kannst du trotzdem an einem Gewinnspiel teilnehmen, aber trotzdem, ich werde dir meinen alten Crack-Chick zuschicken und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, ja, die gehen direkt raus, deine Adresse habe ich ja schon und das wollte ich dir einfach nur mal auf diesem offiziellen Weg hier mitteilen. Also, die Regeln der Verlosung sind folgende und wirklich nicht schwer. Es sind genau drei Dinge, die ihr dafür tun müsst. Zum ersten Mal müsst ihr mich natürlich abonniert haben, zum zweiten müsst ihr dieses Video liken, naja, ihr müsst es auch nicht wirklich, würde mich natürlich freuen, aber vielmehr würde ich mich freuen, wenn ihr meine anderen Projektvideos liked. Neben dem Liken und dem Abonnieren müsst ihr noch eine Kleinigkeit für mich erledigen und zwar müsst ihr unter dieses Video kommentieren, selbstverständlich. Und diesmal habe ich mir auch überlegt, kein einzelnes Wort oder sogar nur ein einzelner Buchstabe, ja, sondern schreibt mir ruhig einen netten Satz dahin, ich weiß nicht, es ist Weihnachtszeit, lasst euch was einfallen, seid kreativ. Da bin ich schon echt gespannt drüber, ich freue mich über jedes Kommentar. Bei den vier Verlosungen wird es jeweils immer drei Platzierungen geben. Der erste Platz wird eins von den größeren Paketen da hinten bekommen, also entweder die Stichsäge oder einen von den Crack-Chicks. Und den zweiten und den drittplatzierten werde ich ein schönes, gemischtes Paket aus den Gegenständen hier vorne zusammenschnüren. Hm. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass dieses Video hier Produktplatzierung enthalten kann? Nicht? Leute, dieses Video enthält Produktplatzierung. Genau da hinten. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist nicht auffällig genug. Ja, das war es eigentlich schon, Leute. Und jetzt seid ihr dran. Liked, abonniert und kommentiert dieses Video. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück bei der Teilnahme hier. Ach ja, und übrigens, ihr dürft natürlich auch mehrmals an der Verlosung teilnehmen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt am 1. Advent irgendwas drunter schreibt, dann heißt das nicht, dass ihr an der Verlosung am 2. Advent nicht mehr teilnehmen könnt. Schreibt einfach drunter. Und wenn ihr ganz, ganz großes Glück habt, gewinnt ihr vielleicht sogar zweimal. Ja gut, ich habe mir auch überlegt, das ist vielleicht ein bisschen unfair, wenn jetzt wirklich jemand zweimal gewinnen sollte. Aber je mehr unter dieses Video drunter schreiben, deswegen, Leute, ihr dürft das Video auch teilen. Natürlich würde das eure Gewinnchance ein wenig mindern. Aber ihr würdet mir damit helfen. Hey, wie sieht es aus, ja? Ich helfe euch und ihr helft mir. Das wäre doch ein ganz guter Deal. Aber mal ganz im Ernst, Leute, verlangen tue ich das von euch nicht. Mir reicht es schon, wenn meine treuen Zuschauer, also ihr, einfach weiter an meinem Kanal dranbleibt und ihr viel Spaß an den Videos habt, die ich euch zeige. Es wird wahrscheinlich auch so kommen, dass ich bis Weihnachten nur ein Projektvideo schaffe, und zwar das Projektvideo zu meiner Bergbank, wie ich ja schon erwähnt habe. Aber seid deswegen nicht traurig. Ich werde diese Durststrecke einfach mit diesen Verlosungen versuchen aufzufüllen und sobald ich kann, wieder zurück zu den Projektvideos zu kommen. Wir haben heute den 3. Dezember. Die Verlosung wird noch bis Freitag, 8. Dezember laufen, 24 Uhr. Und im nächsten Verlosungsvideo am 2. Advent werde ich die Gewinner bekannt geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und bis in einer Woche genau. Macht's gut und schöne Weihnachtszeit. Leute, dieses Video enthält Prodruckt... Blah, bluh, 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 druckt, bluh, druckt, pralluckt. Oh Gott, ey. Noch einmal, ja.